Haben Sie sich schon mal überlegt, dass wir auf unserem Planeten ein globales Wirtschaftssystem etabliert haben, wo Aktionäre, also die Eigentümer, nur Rechte haben und keine einzige Pflicht? Sie haben das Recht, die Organe zu bestimmen und ein Recht auf Gewinnverwendung, also Dividende, wenn es den Unternehmen gut geht. Sie haben aber keine einzige Pflicht, zum Beispiel eine Kapitalnachschlusspflicht für den Fall, wenn es der Firma einmal schlechter gehen sollte. Im Gegenteil, Sie können, falls es sich um börsekortierte Unternehmen handelt, in Sekunden ihre Anteile verkaufen, wenn Ihnen die Gewinne zu wenig hoch sind. Noch schlimmer, Sie können 20 Prozent Eigenkapitalrendite fordern und haben die Möglichkeit, mit der Drohung des Verkaufs ihrer Anteile diese Forderungen sogar durchzusetzen. 15 bis 20 Prozent Eigenkapitalrendite haben heutzutage gar Menschenrechtsstatus. Die Kapitalmärkte können irrsinnige solche Renditen fordern und die Kapitalmärkte darf man ja schließlich nicht enttäuschen. Haben Sie sich schon mal überlegt, was das heisst? In sogenannten wirtschaftsliberalen Worten ausgedruckt heisst das, wir haben ein globales Wirtschaftssystem geschaffen, das einen Anreiz schafft, die Gewinne zu maximieren und damit die Kosten für Produktion maximal zu senken. In meinen Worten ausgedruckt heisst dies, wir haben ein System geschaffen, wo der Druck zur Ausbeutung der Arbeitskräfte und Verschmutzung der Umwelt System hat. Weil es belohnt wird. Wer in Ländern, wo das politische System es ermöglicht, Ausbeuterlöhne zahlt, wer Schadstoffe ungereinigt und ungefiltert in die Luft oder ins Wasser lässt, hat in diesem System Vorteile. Dabei machen sich die Konzerne gerade in den rohstoffreichen Entwicklungsländern korrupte Regierungen und eine nicht funktionierende Justiz zunutze. Ohne Regeln haben Ausbeutung und Verschmutzung System. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass das inakzeptabel ist? Welche weitreichenden Konsequenzen und gigantischen Folgekosten das hat? Die Schwächsten und Schwachen finanzieren mit ihrem Leid letztendlich die unerhöhten Gewinne von Rohstoff-, Agrokonzernen, Textil- und anderen Konzernen. Mit der Konzerninitiative werden den Rechten der Eigentümer auf eine maximale Rendite endlich Pflichten entgegengesetzt, nämlich zwei Pflichten. Eine Pflicht, sorgfältig zu handeln und eine Pflicht, für Verfehlungen zu haften. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass die Konzernverantwortungsinitiative nichts anderes verlangt als das, was wir in unserer Gesellschaft von uns selber, von jedem Einzelnen tagtäglich fordern und was wir allen unseren Kindern beibringen? Benimm dich anständig und wenn du einen Mist baust, dann musst du dafür gerade stehen. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir ein globales Wirtschaftssystem, das Ausbeutung und Umweltzerstörung belohnt? Oder wollen wir ein System, das die Menschen zu Hunderten von Millionen ins Elend oder Flucht treibt? Oder wollen wir ein System, das Respekt vor Umwelt- und Menschenrechten belohnt, das verursachergerechte Verantwortung der Eigentümer bringt mit eigentlich selbstverständlichen Sorgfalt- und Haftungspflichten? Wollen wir ein System, das gerade Afrika und Südamerika eine würdevolle wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, weil Menschenrechte geachtet, anständige Löhne gezahlt und Lebensgrundlagen geschützt werden? Die Konzernverantwortungsinitiative ist ein kleiner Baustein für Zweiteres, für den wir nicht einmal den geringsten Nachteil in Kauf nehmen müssen. Zudem kann man eigentlich nur Ja sagen. Untertitelung des ZDF, 2020